DW Deutsch lernen mit Nachrichten Donnerstag, 27.12.2018, 9 Uhr in Deutschland. Trump zu Truppenbesuch im Irak. US-Präsident Donald Trump ist überraschend in den Irak gereist. Trump besuchte damit erstmals seit seinem Amtsantritt Soldaten in einem Kampfgebiet. Bei seinem Besuch verteidigte er den angekündigten und international heftig umstrittenen Abzug aller amerikanischen Soldaten aus Syrien. Die Vereinigten Staaten könnten nicht weiter der Weltpolizist sein. Begründete Trump die Entscheidung. Wir möchten nicht mehr von Ländern ausgenutzt werden, die uns und unser unglaubliches Militär nutzen, um sich zu schützen, so Trump wörtlich. Es sei nicht fair, wenn allein die USA diese Last trügen. Die Bundeswehr prüft einem Medienbericht zufolge, Fachleute aus anderen EU-Staaten zu rekrutieren. Die Anwerbung von EU-Bürgern für spezielle Tätigkeiten sei eine Option, die geprüft werde, wird der Generalinspektor der Bundeswehr, Eberhard Zorn, in den Zeitungen der Funke Mediengruppe zitiert. Als Beispiele nannte er Ärzte oder IT-Spezialisten. In Zeiten des Fachkräftemangels müsse die Bundeswehr in alle Richtungen blicken und sich um den passenden Nachwuchs bemühen. US-Aktienindex steigt rasant an. An der New Yorker Börse ist der Dow Jones am Mittwoch um knapp 5% gestiegen, nachdem noch an Heiligabend das Aktiengeschäft mit einem satten Minus von fast 3% geendet war. Offensichtlich war das Weihnachtsgeschäft so gut gelaufen, wie schon seit mehreren Jahren nicht mehr. US-Präsident Donald Trump hatte zudem Investoren empfohlen, die zuletzt gefallenen Kurse zum Aktienkauf zu nutzen. Gleichzeitig wiederholte er seine scharfe Kritik an der US-Notenbank. Dieser hatte vergangene Woche entschieden, den Leitzins anzuheben. Kaum unabhängige Medien im Iran Das iranische Kultusministerium hat eingeräumt, dass die große Mehrheit der Medien im Land entweder dem Staat gehören oder staatlich finanziert werden. Die Medien agierten mehr als Sprachrohr der Parteien und könnten keinen investigativen Journalismus betreiben. Dies sei auch der Grund, warum viele Iraner gezielt soziale Netzwerke als Nachrichtenquellen nutzten. Soziale Netzwerke bereiten dem islamischen Establishment schon seit Jahren Kopfschmerzen. Das Internet wurde und wird bei regimekritischen Unruhen als wichtigstes Kommunikationsmittel der Demonstranten genutzt. In einer Tonne über den Atlantik Der 71-jährige Franzose Jean-Jacques Savin hat in einer Tonne eine Reise über den Atlantik gestartet. Der Rentner stach auf der spanischen Kanareninsel El Hierro in See. In drei Monaten will er in der Karibik ankommen. Seine Sperrholztonne soll ihn nur mithilfe der Strömung und dem Wind ans Ziel bringen. Wo genau er an Land gehen wird, weiß Savin noch nicht. Während der langen Überfahrt will er auch der Wissenschaft dienen. Der Franzose nimmt eine Boje zur Messung der Strömungen mit und wird selbst Versuchsobjekt in einer Studie über Einsamkeit auf kleinem Raum sein. Soweit die Meldungen von Donnerstag, dem 27.12.2018.